Hey Leute, ich bin es auch aus Schlesien und willkommen zu einer weiteren Folge Slime Ranger. In der letzten Folge, ich nehme mir jetzt gerade hinterher auf, in der letzten Folge haben wir unsere Blue Slimes, Blaue Slimes, Gold, die Felsschleime, Rockslime, Rockslimes, Gold. Ein bisschen gefüttert, das Gehge aufgebaut, auch direkt auf zwei hoch gemacht. Genau, und da haben wir noch hier hinten den Feld angebaut. Muss auch irgendwie noch was Korotter oder so reingemacht haben und was halt noch soll. Müssen wir gucken, wann wir das machen, aber ich würde sagen, wir machen jetzt mal eine Farming-Tour. Wir haben jetzt schon die vierte Folge. Also du hast immer regelmäßig abzuladen, hochzuladen halt. Also sogar am besten jeden Tag. Und manchmal halt, meistens klappt es zwischendurch mal nicht. Ist halt nicht, ne. Video jeden Tag hochzuladen, finde ich doch für mich schwer. Aber jedenfalls kriegen wir es auch mal hin, den Tag wieder hochzuladen. Aber mit Tanken klappt es eigentlich relativ gut, jeden Tag wieder hochzuladen. Oh, da ist eine Kiste. Was ist denn da drin? Das kann ich noch gebrauchen. Das Hühnchen nicht. Das. Und die Korotter. Oh Mann, ja komm. Ach Mann. Man reicht aber schon, die Korotten eigentlich. Wenn wir zurückgehen. Das ist noch eine Kiste. Nice. Ich kann gerade nicht mehr aufnehmen. Ja gut, wir könnten auch mal Upgrades kaufen. Sondern die auch nicht möglicher. Wir haben so viel noch vor. Es wäre ja fast noch am Anfang. Wir kommen ja schon mal, die auch getreten schon mal da relativ gut voran. Wenn man so sieht. Ich habe schon zwei Felder, zwei Gehege. Das war alles noch ein bisschen ausbauen halt. Da eigentlich kriegt es was zu essen. Da kriegt mehr Kohle. Ja, kacke. Ich brauche erstmal. Ich bin hier gar nicht weg. Ach, hätte ich direkt. Ja, genau. Oh. Und ich habe auch gestern mal von Kedos in Letzberg angeguckt. Von Slime Ranger. Und ich glaube, meine ich. Ich meine, du hast wirklich. Ich weiß nicht. Ich habe noch kurz die Folge ganz kurz angeguckt. Er hat irgendwann mit Mods gespielt. Ich weiß nicht, ob das wirklich geht. Statt auch in Mods. Ich habe mir gerne, dass wir mit Mods spielen können. Dass wir vielleicht, wenn es jetzt per kurz vorm Ende ist, und den Mods wirklich was cooles bringen. Dann können wir direkt mit Mods weitermachen. Also meine kleine Idee. Und dann können wir direkt mit Mods spielen können, dann würde ich sagen, erst mal das Feld vergrößern. Machen die da. alles klar wie sie ist oder eine frotte essen zwei ich würde sagen für dich aber mit 17 stück eine goldkugel 1 32 bringt richtig fast 800 800 ist ja mehr krass oder die felder vergrößern hier fruchtbarer boden machen auf beiden meiner fruchtbarer boden gut vorhanden wächst schneller gut vorhanden jetzt kurz schlafen dass die felder anwachsen kein trick schlaf wieder wie schon gesagt in der letzten folge 5 6 der stelle auf den essen drin werden wir nicht essen und direkt beide fertig nachgewachsen das geht glaube ich so oft wie man möchte ich voll praktisch habe ich mir immer für 17 update wenn man sich auch vergehen heißt eigentlich zu kaufen und wenn ich die sauer bringe mehr geld auch kräftig recht zwei felder dafür müssen mehr zu füttern und da fällt die auch kurz noch mal so zack wir werden schon wieder richtig schnell nach zwar mehr gut richtig viel haben wir so viel hoch fliege ich auch die hochgesnabte bei einem alter ist ja gemeingefährlich Alter, ich sterb gleich Ich sterb gleich wirklich Nein, nein, Alter Ich hasse, dass die Bange sich immer raus Wo noch nicht, wo ich erstens gefixt wurde Aber wahrscheinlich Da haben wir noch mal zwei Zack, 17 mal wieder Da ist auch noch eins total Ein Pink Plot Ist ja mega nice Dann ist raus 18, jetzt kommen wir jetzt noch 18 Und noch Das andere Pink 06 Ist ja richtig wenig Äh, besser als nix Ein 490, fast 500 Ich glaub, wäre natürlich auch wichtig Dass wir dieses ausbauen Ich mein, dass wir zumindest hier machen Wäre ich wirklich, wirklich mega praktisch Eigentlich, wenn man so recht hier überlegt Dass man hier so ne Ich weiß nicht Da hab ich wieso nicht genug Ich glaub, wir machen erstmal die Felder Dass wir nur essen kriegen Dass die Felder voller Pulle sind Das sinnvoll ist, dass wir erstmal hier Gleiches mal bei Springanlagen machen Wo ich meistens Deswegen machen wir kurz noch mal ne Farming Tour So Wir können aber mal wieder was entdecken Hab ich auch wieder Lust dazu Was entdecken Ein bisschen Oh Gott, in der nächsten Folge Oder so Wie schon gesagt Ich nehm mir grad Immer zwei Vorgehen Versuche jeden Tag Zwei Vorgehen aufzunehmen Das ist was ich voraus habe Ist halt wenn ich mal einen Tag nicht schaffe Dass ich direkt noch zumindest trotzdem hochladen kann Eine Folge Und kann es trotzdem mir bitteschön Ich bin da lieb Ich bin da nett In der Schisi So platt ein nicht so viel bringt aber geld ist geld würde ich sagen aber lifestyle 20 aber updates ja auch voll neu ist zumindest mehr tragen alles gut dass ich mal jetzt nicht ein vielleicht noch mit kundungstum mal wieder gehen vielleicht ist ja was gut ist noch eine sache frage ich mich könnte man trete für das geht jetzt mit mir jetzt mitnehmen und die mit ihr kaki verpaaren mit uns im blauen würde das geht das ist dann richtig fett ist eigentlich wenn du nur wenn das geht ich weiß dass es geht natürlich mehr krass er war richtig gute sachen hier zurück war gleich prächtig machen ich sehe schon habe ich was zusammen da sie ist da ich schon eine dritte ab und er war direkt habe ich kurz gesehen schon war es der schleim wieder kommt hier zack alter habe ich mich erschrocken was war nicht so gemerkt hieß an würde ich lieber jetzt nicht weil ich weiß nicht höhen ist ein bisschen creepy creepy alles mal wir sagen nächsten folge vielleicht wenn ich nichts vor und ich vergesse weil ich nehme ja nächsten tag ist es auch wie schon die mit zwei folgen jeden tag auf versuche ich dass ich dann weil heute kommt auch die dritte folge und eine folge let's play minecraft vanilla minecraft eine folge mal wieder lange zeit kommt auch genau so wir schon wieder am ende der folge machen wir so zehn minuten auch richtig daneben war richtig viel daneben wieder rein zack 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 das brauchen wir gar nicht fest jetzt einmal kurz aus dann brauchen wir eigentlich auch ein deckel weil fliege hoch das geht geht das oh ja das geht das geht sagen die wenn es richtig dick dann wir sagen wir haben wir fangen jetzt es ist ja halt nicht raus kommen zweimal machen wir das erstmal für das maschine kommt nicht so wichtig aber erstmal so ein saugmaschinen gottes mit mir auch nächstes nur ein saugmaschinen machen wir es nächstes wo ich hatte richtig bock hat mehr aufzunehmen aber so richtig hoffen aber ich fühle mich nicht mehr aktuell wenn es wichtig ist dann müssen wir jetzt wirklich nochmal zweiter folgen wir aufnehmen ist weiterkomme ach gott noch schon dann würde ich die kurz mal die ganzen könnten was bringen jetzt genau das freut mich was bringt jetzt nicht wieder richtig hoch ja beides richtig geil natürlich auch was aber nicht so viel alter alter fast gestorben aber die haben kein haben die kein links der maske aber eben habe ich doch nicht gesehen noch habe ich jetzt doof wird doch eben noch ein anderes warte ich küsse nur aus der der test konnte bekommen ich weiß nicht mit essen um dort wollte können jetzt auch die wollen wir können konnten jetzt kann ich kacken beides aus die karten weise aus mit zippler auch wir bringen die zippler momentan 27 bin besser als nix das beides zusammen zählt das war noch 18 wert aber von gut voran das zu enden werden die folge machen nächste folge wo ich kann nur einmal einsammeln hier alles nicht ich muss ja nicht immer so alles drängen selber entscheiden wie lange die folge auch schon wieder voll ist wenn die folge sein sollen jetzt mal was zu essen jetzt machen da schon wieder so ein schleim er soll ich gar nicht das gefährlich wir können sich dann irgendwie ganz komisch vermehren zu sagen warte ich seh mal kurz was eigentlich eine sache noch machen wenn der folge ist die vorgeht das ist wahrscheinlich ein bisschen länger eine sache möchte ich auf jeden fall noch machen alles ziel erfüllen das umgehen kam wollte eigentlich schon verletzte folge wenn ich es euch die geschafft habe weil ich das anders vor hatte also zeit gemacht habe ist warte auf 500 münzen wie geht das jetzt noch hoff ich ja geht auf jeden fall wollen wir das noch schnell kaufen bei diesen hier oder zack müssen wir kurz den den plomarsammler damit automatisch hier wie ihr seht hier links auf wird ja alles später das gar reingezogen alles hier rein das Problem ist aber das ist nicht automatisch schon ist klar nur nicht regelmäßig ist immer bestimmt in 5 Minuten ungefähr so geschätzt irgendwie so sind wir jetzt reingezogen ungefähr ich weiß nicht genau ob es in 5 Minuten sind aber ungefähr genau ja wir sagen haben wir alles erreicht dass wir die folge waren echt produktiv finde ich zumindest fällt weitergemacht und alles mögliche wir sagen wenn euch die folge gefallen hat slime ranger lasst auf jeden Fall eine positive Wettbewerbe würde mich riesig befreuen das war es mit einer weiteren Folge slime ranger ciao Leute